everybody wanna be friends now, but not everybody been with me, started with a couple hundred plays now, but not everybody saw this me, I seen it coming, it was all or nothing, I knew the future gonna give me something, I put in the time, put in the work on my rhyme, knew all along I was shine, I'm hot now. Was geht? Herzlich Willkommen zu diesem Video und wie ihr es schon am Thumbnail erkannt habt, geht es heute um das Cop Outfit, das werden wir uns heute in einem Job abspeichern und da würde ich mal sagen, rede ich nicht so viel und da fangen wir auch direkt mit dem eigentlichen Video an. Ihr geht jetzt einfach in irgendeine Sitzung und dann sehen wir uns in der Lobby. Ihr seid in einer Sitzung angekommen, dann wartet ihr erstmal bis ihr spawnt, ganz normal halt, dann drückt ihr die Options Taste, dann geht ihr auf Jobs, Jobs, Spielen, dann auf Rockstar erstellt bzw. von Rockstar erstellt und dann ganz unten die drittletzte Mission, Lasterhaft. Dann geht ihr jetzt rein und dann wartet ihr erstmal bis ihr da reingeladen werdet und ihr braucht noch einen Freund mit dem ihr da spielt bzw. jetzt den Glitch macht, aber es kommt quasi auf selbe hinaus. Ich würde mal sagen, warten wir bis mein Kollege erstmal beitritt. Mein Kollege ist jetzt auch schon beigetreten, dann wartet ihr bis der Job fertig gestartet hat, dann bei den Outfit Stilen macht ihr da einfach die Kategorie auf Gerechtigkeit und ja, dann würde ich mal sagen, wartet ihr erstmal bis ihr gestartet habt und dann sehen wir uns gleich im eigentlichen Job. Ihr seid im Job angekommen, dann öffnet ihr das Interaktionsmenü. Euer Freund bewegt sich am besten auch nicht bzw. bewegt nur die ganze Zeit die Kamera und bewegt sich nicht, also läuft nicht und so und ja. Ihr seid im Interaktionsmenü und dann geht ihr auf Stil und dann bei der Kategorie Helmvisier switcht ihr dann ca. 15 Sekunden rum. Macht auch am besten 20 Sekunden, einfach außer Sicherheit und ja, dann geht ihr gleich noch auf eine andere Kategorie, das erkläre ich euch. Aber dann gleich nochmal, hier switcht ihr jetzt einfach mal 15 Sekunden rum. Habt ihr das Ganze gemacht, dann macht ihr dasselbe jetzt auch nochmal bei der beleuchteten Kleidung und dann wartet ihr mit dem offenen Interaktionsmenü, bis ihr aus der Sitzung gekickt werdet. Also ihr switcht 15 Sekunden rum und dann legt ihr den Controller weg, aber mit dem Interaktionsmenü offen. Ihr seid jetzt auch schon in einer neuen Sitzung gespawnt oder gelandet, es ist das Geige. Dann, wenn ihr im einen Fall noch eine Duffel weg anhabt, wegen meinem Hauptoutfit, dann macht ihr einfach noch hier im Interaktionsmenü einen LCD Kopfhörer drauf und macht das dann wieder weg. Dann verschwindet die Duffel weg. Das könnt ihr auf jeden Fall machen, so habe ich das jetzt auch gemacht. Und dann geht ihr in ein Ammonation oder Bekleidungsgeschäft, am besten ist immer noch der gute alte Bekleidungsladen und dann sehen wir uns gleich wieder im Bekleidungsgeschäft. So, ihr seid dann jetzt an einem Bekleidungsladen. Dann speichert ihr das ganze Outfit ab. Ich zeige euch jetzt hier eigentlich noch andere Sachen, die ihr da machen müsst. Aber ich habe feststellen müssen, da passiert nichts. Es wird immer wieder weggehen. Hier, ihr seht das, ich mache andere Brille drauf. Es ist eigentlich unnötig. Ihr könnt das ganze Outfit eigentlich nicht abspeichern. Also doch, ihr könnt es abspeichern. Aber es geht irgendwann weg, sobald ihr in den Job geht, neue Sitzung geht. Heißt, ihr müsst es jedes Mal bei einem Lobby-Switch und so immer, immer, immer wieder neu abspeichern. Und das ist relativ nervig. Deswegen, ihr könnt es eigentlich so lassen. Ihr könnt es abspeichern. Und ja, im nächsten Video, wenn ich das dann in einer richtigen Reihenfolge abspiele, kommt was Neues. Dann zeige ich euch, was man am Outfit noch alles krasses dran machen kann. Ist auf jeden Fall richtig cool. Dann würde ich mal sagen, war es das so von mir. Lasst dem Video jetzt noch ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr von sowas sehen wollt. Das war es von mir. Wiederschauen und Tschüss. Like und Srihumanphemous. Und Champions aus notebook und kommst von Kurze. Bye. Bye. Bye at work.